Musik Hey und willkommen hier zum ersten Vlog auf Mixit Vlogs. Der Kanal hieß vorher rund um Wuppertal. Warum das so ist, das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt sind wir hier ein bisschen am Rathausplatz gewesen. Ihr habt gerade ein paar Shots vom Rathausplatz gesehen, auch vom Rathaus. Und jetzt schauen wir mal, wo unsere Reise weitergeht. So, wir sind jetzt in Elberfeld. Und ich hoffe, ihr hört mich gut, weil ich habe die Maske jetzt mal aufgelassen, weil das muss man hier. Und wir zeigen euch jetzt ein bisschen was. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause im heimischen Gebäude. Wir waren heute in Elberfeld und in Barmen, wie ihr ja gesehen habt. Wundert euch nicht, in Elberfeld haben wir ein bisschen vergessen zu filmen. Wir haben einfach ein paar Ausschnitte reingefügt von Videos, die wir gemacht haben, während wir keine Vlogs aufgenommen haben. Da fehlte uns irgendwie so ein bisschen die Idee zu in letzter Zeit und durch Corona haben wir uns halt auch nicht gesehen. Deswegen auch keine Vlogs gemacht. Deswegen kam auch hier auf dem Kanal nichts. Mittlerweile hat dieser Kanal ja auch schon seine erste Namensumänderung zu Mixed Vlogs von rund um Wuppertal. Da wollten wir euch auch kurz informieren. Und die Tür, die ihr gesehen habt, die ist am Alten Markt. So, ich habe gerade nochmal geguckt. Die Tür, die ihr gesehen habt, war auf dem mittleren Buschsteig in Barmen am Alten Markt. Falls ihr dort auch mal vorbeischauen wollt und gucken, ob bei euch die Tür aufgeht, wenn ihr mal einklopft. Joa, aber sonst haben wir heute auch, glaube ich, nichts mehr viel zu sagen. Deswegen abonniert uns, lasst ein Like da und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder hier. Freimixed Vlogs. Joa, aber sonst haben wir heute auch, glaube ich, nichts mehr vorbeischauen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, wir sehen uns beim nächsten Mal.